Story-Time! Story! Mega-Pil! Chance-Time! Ich muss meine Königsstimme üben. Oh, unsere Ehrengäste! Was habt ihr diesmal für das Paket mitgebracht? Mal sehen! Gute Güte, ist ja mein Lieblingsgeschmack! Kulinarische Kommunikation! Das ist die süße eurer Note, die unser Königreich groß und stark macht. Deliziös! Okay. In der Tat, wie könnten wir ohne feiern? Wenn das so weitergeht, geht unsere Party in die Geschichte ein. Es ist beinahe soweit. Meine Güte, du hast ja recht. Was soll ich nur anziehen? Was soll ich nur anziehen? Schnellköche, während Kevin und ich uns vorbereiten, durchsucht ihr den Zirkus nach der letzten Zutat für unsere Feier. Wildweise geht. Die Zeit sengt. Ich find's übrigens super anstrengend, das zu lesen, weil die Textbox immer so, also die Schriften, die Wörter so von links nach rechts fliegen. Ja. Nicht von links nach rechts, aber so nach links, ja. Weil die, ach, das stresst mich. Müssen wir kurze Kaffeepause machen. Na gut. Ich muss nur einschütten. Okay. Okay, dann lass ich dir auch noch mal laufen. Ja, lass laufen. Lass laufen, lass laufen! Lass laufen, lass laufen! Du hast das Ballon-Tier zerfahren. Wir können ja schon mal die Krise kriegen. Oh Gott. Wir können schon mal! Okay, wir müssen durchrechnen, weil wir können ja nicht alle in der Mitte rumrennen. Ich muss mir neuen Weinen holen. Ich muss mir neuen Strohhalm. Du musst was? Ich muss mir neuen Wein holen! Ich hab mir gedacht, ich muss mir neues Bein holen! Du hast ein neues Bein! Ich hab noch ein Strohbein verstanden, wow! Wait a second, aber ich brauche ein neues Bein! Oh, Ohbein! Ich brauche einen neuen Strohbein! Ich fand das war auch gut! Ich kann auch nicht ganz... Sind das Fritteusen da oben? Ja. Donuts bestimmt, oder? Mixer, Fritteuse, Stimmt Donuts. Ja, stimmt, rechts ist eine Kanone, oder? Naja, ich will gar nicht, dass die da ist. Also es muss bitte eine unten stehen, eine oben stehen und die zwei und zwei sind in der Mitte zu Gange. Ja, ansonsten gar nicht. Ja, sie ging bei dem einen Förderbandlevel letztes Mal. Mhm. Ich überlege auch, ob es sinnvoller ist, die Teller von oben nach unten durchzureichen? Wahrscheinlich schon. Ansonsten müsst ihr jetzt einer mit der Kanone runterschießen lassen mit dem Teller, aber nee. Pff, wo kommen denn die dreckigen Teller und wo ist die Spüle? Ja, das ist nämlich auch wieder so ein Ding. Die dreckigen Teller kommen unten und müssen oben an die Spüle. Aber dann kannst du das einmal direkt sagen, dass das zwei Kanone... Weil du dich runterschießen kannst, aber du schnell bei der Ausgabe bist mit den Tellern. Aber ich würde echt durchreichen, das ist besser. Ja, definitiv. Du musst dann nur zwei oben, zwei unten. Ich würde euch dann bitten, die Teller, dass wir die am besten zwischen die zwei linken Dinge ins Leben legen. Zwischen zur linken Schneidebretter. Genau. Also die Dreckeln, dass man die dann direkt spülen kann. Spülen. Spülen. Edek, schnibbelst du? Ja, na klar. Ich mixe? Ich mache Teller und kann gerne rausbringen. Okay, Edek, Honig, Schoko. Gibt mir Dinge. Oh Gott. Muss ich denn Honig? Der muss geschnibbelt werden. Was machst du denn dann mit Kirschi? Das muss alles geschnibbelt werden. Nur die Bären nicht, oder? Ich habe ihn irgendwann in die Hand gekriegt. Oh. Ich blitz schon wieder voll rum, ey. Ich lege die Sachen da oben hin. So. So. Noch nichts. Nee, nicht hier. Ja, hat schon vor. Kirschi, das hier kann noch in die Fritteuse, das erste Ding. Kann dann halt jetzt bisschen leerlaufen, ne? Alles gut. Kirschi, das zweite Ding kann in die Fritteuse. Genusschress haben. Bestimmt. Das zweite, nicht das erste. Jupp. Kirschi, das dritte kann in die Fritteuse. So, links. So, und jetzt euch durchreichen, ne? Hier, bitteschön. Ja. Perfekt. Ja. Hier, bitteschön. Ja. Das war das falsche. Kann denn, geh weg von... Hier, bitteschön. Von da kann ich mir auch was selber holen, Elik. Na gut. Kannst du weiter... Okay. Okay. So, ich brauche Teller. Spülen. Spülen. Das war noch gar nicht fertig, oder warum geht das nicht? Ja, das war noch gar nicht fertig. Was haben wir jetzt da oben drin? Honig und Beere. Ich habe hier auch Honig und Beere. Ja, da muss ich Schoko machen. Käschi, das rechte kann... Ja, das muss raus. Ich laufe. Alter. Einen Moment, Wanni. Ich habe sie da hingestellt, weil ich... Kann ich noch nicht so lange. Alles klar. Ich habe gerade das Problem, dass ich alles auf einmal machen muss. Hier ist auch Fritteuse. Ja, ich... Ja. Alles klar, bitteschön. So. So, Beere. Äh, oben spülen. Käschi Fritteuse. Ja, Sekunde. Also nicht nur... Ja. So, bitteschön. Käschi Fritteuse. Bitte. So. Wir haben das... Okay. Ehrlich, deine drei Haufen da sind super. Yay. Viel mehr brauchen wir ja auch gar nicht. Dann haben wir nämlich auch mehr Platz hier. Ja. Ähm, die Beere ist da oben am Rameshaka. Käschi, deine Fritteuse brennt. Ich weiß. Ich musste aber fertig spülen. Alles gut. Käschi, hier fertig. Ja. Ach, ich nehme immer ein Ei, wenn ich den Mixer habe. Käschi, hier fertig. Ja. Ähm... Hier, bitteschön. Ja, dann machst du es so. Das ist halt besser. Ups. Ja, bitteschön. Also, mein Job ist gestillt. Nee, ich kann halt hier vorbeiglitzen. Genau in der Ecke ist es, geht das. Hier, Käschi. Hier, bitteschön. Wie gut. Käschi, ha. Sekunde. Mama. Ich glaube, Käschi hat dir den stressigsten Job. Ja. Ja. Aber ich bin okay. Na dann. Schoko kann in die Fritteuse. Ach du, ich brauch Platz. Okay. Hier, soll ich sie da hinstellen? Ja, nein. Ich hab mir kurz weggestellt. Bitte? Ist es einfacher, wenn ich sie direkt hinstelle da? Ja. Dann habe ich nicht so lange Wege. Okay. Alter, aber ich nehme immer das Ei und schätze das Ding hier. Ähm. Ich bin verwirrt. Aber das passt schon. Bitte schön. So. Oh, Teller. Ich brauch den ganzen Teller. Die nur zwei. Zack, zack. Wo? Zack, zack. 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 Ah, nicht. Zertöse. Ja, Sekunde. Zertöse. 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 Habe ich nicht schon mal leider mit dir da oben? Manche passieren komische Dinge. Weil die Eleg aus dem Hingeworfen hat. Zertöse. Teller. So, eins könnten wir noch rauskriegen. Ja, das war's dann. Mehr schaffen wir, glaube ich, nicht. Bitteschön. Dankeschön. Wir haben 2.200 Leute. Alter. Bitteschön. Konnen ab, konnen. Ey. Was ist das? Ey. Auf hier klären rumzuwerfen. Ey. Alter. Ich hab' die Bieressen geworfen. Wenn's nicht sein muss. Bitteschön. Jetzt konnte ich die Teller nicht nehmen. Die hab' ich nicht. Erdbeere raus, äh, die Himbeere auch in der Hand hatte. Wir haben sogar 2.000 gebraucht. Okay. Was? Wir haben sogar 2.000 gebraucht. 1.960. Genau. Nice soup. Good job. Das war ganz schön heftig. Bei mir war's gechillt. Für mich. Ja. Mein einziges Problem war, dass ich immer ein Ei genommen hab, schatz, die Schüssel. Ja. 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 Ja.